Ist es vorbei? Miley Cyrus und Liam Hemsworth haben angeblich ihre Beziehung beendet wegen Mileys wilden Partygewohnheiten. Die 20-Jährige und der Schauspieler begannen 2009 miteinander auszugehen und haben sich dann später verlobt. Aber laut Medienberichten gehen beide jetzt getrennte Wege, weil ihr wildes Party machen zu viel wurde für Liam. Miley soll Liam allerdings beschuldigen, gerne einmal fremd zu flirten. Nach den Gerüchten, dass sie beide ihre Hochzeit abgeblasen und ihre Beziehung beendet haben, dementierte Cyrus das auf ihrer Twitter-Seite. Aber obwohl Miley twitterte, dass sie immer noch zusammen sind, meint ein Insider genau das Gegenteil. Wenn das wahr ist, hoffen wir jedenfalls, dass sie das alles regeln können. Bis zum nächsten Mal.